Die Hülle ist aufgebrochen. Ein Lichtstrahl trifft dein Herz und du weißt, es ist Zeit. Es ist Zeit, dich zu erinnern, mit welchem Auftrag du auf diese Erde gekommen bist. Auch wir kennen das, den Zweifel, wenn unsere innere Flamme schwindet, die wiederholte Schleife fast wieder am Start. Deshalb haben wir uns zusammengeschlossen und bündeln unsere Energien, staunen, gehen gemeinsam Schritte, die wir vielleicht allein nicht wagen. Sei willkommen in unserer Mitte. Wohin streckst du deine Luftwurzeln? Lass dein Licht strahlen und trau dich, Verborgenes zu bergen. Sichtbar, sicher. Nimm deinen Platz ein. Du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht.